Servus Leute, im Moment läuft das Tank Battery Event oder auch Keycard Event. Das besteht aus einer Quest, bei der man alle Keycards in allen Farben einmal abgeben muss. Wenn man reich ist, kann man das einfach so machen, indem man die kauft und dann abgibt. Man braucht die nämlich nicht found in Raid. Man kriegt ein Achievement und wenn man die Kohle nicht hat, wie ich auf meinem zweiten Account, muss man Tank Batteries farmen, die man dann gegen die Karten Barter traden kann oder verkaufen kann, um sich die Karten zu leisten. Die Spawn of Customs im Fort Knox in den Dreierdoms auf dem Dach und an der New Gas und meine bevorzugte Position, um die zu farmen, war die New Gas und ich habe euch da mal zwei Raids zusammengeschnitten, wie ich das da gemacht habe und wie ich die Tank Batteries rausgebracht habe und ein bisschen PvP und Oskar kann da auch auftauchen und Raider stehen da auch rum an jedem Spawn. Auf jeden Fall ein recht witziges Event, letzten Endes geht es bloß ums Geld farmen. Deshalb bin ich froh, dass ich meinen zweiten Account habe. Der ist so um Level 40 rum, hat er bloß 10 Millionen, also muss ich da einiges machen, um dann am Ende so 120 Millionen zu haben, um alle Karten zu kaufen, je nachdem, wo die Preise noch hingehen. Aber ich rede schon zu viel, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch an, ich bin übrigens lasst du täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Kommentar. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ist man ein jedes Event? Weiß man nicht. Zirka zwei Prozent. Hey, das ist wesentlich weniger. Ich denke, das war ein Spieler. Oh, nee. Schon wieder der scheiß Gäffboss, ey. Na ganz super, ey. Oh, nee. Mach das oder? Ah, Organ du hast gelb, doch. Du geh! Purchschust! Was ist das? Da ist er Was ist er? Was ist das? Okay War noch ein zweiter? Ist der zum Looten gelaufen oder was war das? Das war ein Spieler, ja? Beide Halt die Waffe und lass mich in Ruhe Na 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 Ohne Mist Na ja Musste ich mich harter kämpfen Musste ich mich harter kämpfen Na ja Ich hab PP-Rounds drin Moin Hellboy, wie geht's? Schön dich zu sehen Ey Ey, dieser Spawn, ne? Als ob ich den... Liegt das wieder daran, dass ich wieder so eine schnelle SSD hab oder so? Ist das immer noch so? Moin Maliko Was der Scheiße Ich kann es nicht so sehen Was ist das denn? Ich kann es nicht sehen Ich kann es nicht sehen Oh, shit. Auch gerne. Spieler. Saved. Oh, ein Spieler. Hab ich nie nächste Dimension. Heute muss ich auch was tun für meine Batterie hier. Heute muss ich hier ganz schön was tun. Ich dachte, da steht auf einmal der Scaf Boss. Ne, schon gemischt mit irgendwelchen Spielern. Da ist die Batterie. Oh, shit. Was? Sliperscape. Jetzt hau doch ab, Mann. Vom Turm. Was soll die Kacke? Ja. Oh, dein Bruder ist da. Oh, dein Bruder ist da. Ja, ja, die haben was geändert an der Ragdoll. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist zwar witzig, aber ganz realistisch ist es auch nicht. Das war schon mal irgendwie. Das fixen sie demnächst genau. Das sind Exitcamper am Stand. Aber ich hatte heute, glaube ich, noch keinen. Also, kommt auch an, wie man fragt. Das ist, ne? Das ist wie mit allem in Tarkov. Der eine sagt, es gibt nur Exitcamper. Ich sage, es gibt, naja. Ich hatte heute noch keinen. Je nachdem. Die Möglichkeit besteht natürlich. Oh, mein Ohr ist wieder aufgegangen. Gott sei Dank, ey. Das war ja nervig. Doch kein Hörverlust, Leute. Alles gut. Argo Bayer. Servus. Grüße in den Lörg. Wie geht's? Passt. Wie viele Tankbattery waren es, die ich heute rausgebracht habe? Ich sage mal so... Zwölf Stück habe ich heute auf jeden Fall rausgeholt, ne? Hat schon ein bisschen was gebracht.